Hallo meine Lieben, ich habe heute einen kleinen gemischten Haul noch für euch. Ich habe wieder ein bisschen was über Facebook Flohmarktgruppen, Ebay Kleinanzeigen und eine Kleinigkeit vom Action. Aber das ist wirklich nur ein paar Teile, die ich gefunden habe, als ich vor einer Weile da war, wollte ich euch mal zeigen. Zum einen gab es zu der Zeit, das war schon fast ein Monat her wieder, diese Lip Balms, die in die Höhlen reinpassen, die es von My Favorite Things gibt, mit der passenden Stanze. Einmal hier Pepsi, den habe ich glaube ich so noch nicht gesehen in der Variante. Und Reese's, Peanut Butter Cups, ja, den würde ich ja fast gern selber behalten. Ich mag ja davon die Schokolade total und wenn das so riecht und vielleicht auch schmeckt, naja, mal gucken, 79 Cent jeweils, die waren im Wochenangebot zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mir einmal mitgenommen, wollte ich ausprobieren, eine Mango- und Passionsfrucht-Haarmaske für drei Anwendungen, wenn ich das richtig verstehe, was hier drauf steht, für 69 Cent. Ich glaube, die waren auch im Wochenangebot zu dem Zeitpunkt. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an, wollte ich einfach mal ausprobieren. Schön was Fruchtiges jetzt für den Sommer. Und ja, eine einzige Stanze, es ist alles noch voll gewesen mit den alten Sets, noch nichts von den neuen, obwohl es da schon wieder so viele neue geben soll. Prägeform, Schneiderprägeform 299, waren die auch im Angebot? Eigentlich nicht. Ich staune gerade, dass die 299 gekostet hat. Ich dachte, die würden drei noch was kosten. Naja, wer weiß. Jedenfalls diesen Rahmen mit den Blüten, den hatte ich noch nicht. Der fehlte mir noch, das ist jetzt aus dieser Kollektion. Ansonsten habe ich alle, die ich wollte. Das war das Einzige, was mir noch gefehlt hatte. Ja, mehr habe ich nicht gefunden, nicht bekommen. Ich war in Biesdorf gewesen, aber irgendwie war nichts weiterzumachen von den neueren Sachen. Dann habe ich ein paar Sachen über Ebay Kleinanzeigen bekommen, relativ günstig. Zum einen hier zwei Stempel oder Stempelsets von J.M. Creation. Sind tolle Sprüche, die man, wie ich finde, für vieles verwenden kann. Sind auch schon auf so einem EZ-Mont hier montiert. Und die Gummistempel, wie immer, habe ich günstig geschossen, jemandem abgekauft. Und ja, den fand ich auch süß. Passt natürlich super zu einer Geburtstagskarte. Hier, herzlichen Glückwunsch dazu. Hat man gleich das passende Motiv. Fand ich super süß. Kann ich euch leider keinen Preis mehr sagen. Keine Ahnung. Dann ein Set. Das ist allerdings nicht für mich. Das wandert dann weiter. Ich denke mal, das Video lade ich auch erst hoch, wenn derjenige es bekommen hat oder diejenige. Das habe ich auf Kleinanzeigen noch jemandem abkaufen können. Das ist schon ein relativ altes CC-Design-Set mit diesen vier Jungs. Das nennt sich auch Four Seasons Boys. Man sieht es einmal so Winter. Das ist, denke ich, mal Sommer. Und dann einer, weiß ich nicht, Frühjahr und das Herbst. Keine Ahnung. Jedenfalls für jede Jahreszeit ein. Ja. Mal gucken, wann ich ihr das schicke. Wenn sie das Video sieht, dann hat sie das Set schon. Ich hoffe, dass ich daran denke. Sonst ist die Überraschung halt irgendwie flöten. Dann, ich weiß gar nicht mehr, war das auch Kleinanzeigen? Oder war es Facebook? Kann ich gar nicht mehr sagen. Habe ich einem ein Peppery-Ink-Set abkaufen können? Hello Spring. Ja, die süßen kleinen Häschen mit den Blümchen. Die machen Seifenblasen. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe die Marke. Und wenn ich da was sehe, was ich nicht habe, dann muss es einfach einziehen. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Schon länger her liegt die schon ein bisschen. Dann habe ich relativ günstig. Ich glaube, ich habe 18 Euro bezahlt. Die kostet sonst 28 oder weiß ich nicht. Und in dem Dreh fast die Matchbox-Bilder-Stanze von Mama Elephant. Die ist auch noch, ja, ich glaube, die müsste neu sein. Die ist jedenfalls nicht auseinander geschnitten. Man sieht es ja, dass die noch zusammenhängt an diesen Stegen. Fand ich total cool. Ich habe dann gleich erstmal geguckt, was kann man mit dem Ding anfangen? Wie sieht das aus, wenn man das benutzt? Und ich fand es total süß. Es ist halt eine kleine Schachtel, wo man dann was rausziehen kann. Und dann ploppt so eine Szene nach oben auf. Hier sieht man ja so Berge oder so. Ja, muss ich euch mal zeigen, wenn ich damit was angestellt habe. Jedenfalls fand ich die total cool. Und ja, da sie halt im Gegensatz zum Neukaufpreis total günstig war, musste die auf jeden Fall auch einziehen. Da habe ich mich gefreut. Dann habe ich diese Stencil bei jemandem auf Instagram gewonnen. Da sie etwas fehlerhaft ist und ihr ersetzt wurde, wollte sie die fehlerhaft weitergeben. Man sieht es hier ein bisschen an den ersten drei Strahlen. Ja gut, hier noch ganz ein bisschen, dass das da irgendwie versetzt geschnitten ist. Ich finde es aber nicht schlimm. Man könnte es fast sogar als Art Blitze oder so sehen. Vielleicht kriege ich es auch hin, mit einem Cuttermesser ein bisschen gerade zu schneiden. Ich schaue mal. Ich probiere es einfach aus. Und selbst wenn da so ein bisschen Versatz drin ist bei Sonnenstrahlen, finde ich, müssen sie nicht ganz exakt sein. Deswegen dachte ich, es ist doch schade, wenn man den Stencil trotzdem noch verwenden kann. Warum soll man ihn dann nicht weitergeben? Fand ich eine coole Idee. Und ich habe es einfach mal versucht und habe sie dann gewonnen. Lieben Dank nochmal an dich, Stefanie. Falls du das Video schaust, ich weiß es ja nicht, habe ich mich drüber gefreut. Dann habe ich von einer ganz lieben Person im Facebook-Flohmarkt, in der Flohmarktgruppe, zwei Stempelsets abgekauft. Eins von My Favorite Things und eins von The Greeting Farm. Leider, leider ist die Post verloren gegangen. Habe ich ewig nicht gehabt. Jedenfalls kam der Brief einfach hier nicht an. Sie war dann so lieb, halt irgendwann, nachdem sie wieder aussortiert hatte, mir als Ersatz zwei andere Sets einfach so geschickt. Fand ich super lieb. Muss sie natürlich nicht. Ich hatte keinen Versichertenversand und nichts. Von daher kann man sagen, selber schuld. Auch wenn es natürlich nicht meiner Schuld war, sondern die Post es wieder mal verbummelt hat. Aber sie hat es mir dann quasi ersetzt, kann man sagen. Eis Prinzessin, also Eis Prinzess and Friends von MFT. Das Set, ich durfte mir dann was aussuchen. Sie hatte da mehrere Sets von MFT gehabt und hat mich gefragt, was mir gefallen würde. Und habe dann als Ersatz dieses Set bekommen. Finde ich auch super süß. Gefällt mir richtig gut. Werde ich sicherlich auch verwenden mit den kleinen Prinzessinnen, Eis Prinzessinnen. Ist natürlich nicht verkehrt. Ein süßes Schloss, ein Eisbär, ein paar Berge. Fand ich sehr, sehr lieb von ihr. Und dann auch ein The Greeting Farm Stempel. Den hat sie mir dann so dazugelegt, das wusste ich gar nicht. Die hat es auch einmal abgestempelt. Super süßes Motiv. Das andere war, glaube ich, eine Fee, Elfe oder sowas in die Richtung gewesen, was ich da hätte bekommen sollen. Ja, ist leider nie angekommen. Ist ein bisschen verfärbt, macht aber gar nichts, stempelt ja trotzdem noch super. Von daher gar nicht schlimm. Habe ich mich super gefreut, dass sie da so lieb war und das geschickt hatte. Und das hatte ich in einer, ich glaube, das war bei der Stanze mit dabei gewesen, hier so ein paar ausgestanzte Herbstblätterchen. Kann man sicherlich auch so schön für ein paar Projekte nutzen. Und hier, schaut mal, ist von Ikea. Ich dachte erst, huch, hat sie ausgestanzt? Nein. Gab es anscheinend mal bei Ikea so ausgestanzte Herbstblätterchen. Keine Ahnung. Fand ich witzig. Kann man sicherlich noch für Herbstprojekte mit verwenden. Fand ich also eine super süße Sache. Ja, ihr seht, so ein bisschen was ist wieder zusammengekommen. Was Neues eingezogen. Ich wollte es euch gerne zeigen und wir schauen mal, wie es weitergeht, wenn ich meine Weiterbildung durch habe. Ob ich dann wieder mehr zum Basteln komme, euch mehr Craft-Updates und so weiter auch zeigen kann. Und auch Instagram wieder beleben kann. Da ist momentan auch tote Hose, weil ich zu nichts komme. Aber das wird hoffentlich auch wieder anlaufen. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis dann und tschüss. Bis dann und tschüss.